Einen schönen guten Abend aus der Schaubrennerei am Hartmannsberg in Freital. Meine Schaubrennerei gibt es seit zwölf Jahren und ist die älteste Verschlussbrennerei in der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge. Ich möchte euch einladen an dem 1.12., 8.12. und den 15.12. ab 16 Uhr zu einem weihnachtlichen Zusammensein vor der Brennerei. Und am 16.12. ist die zweite Freitaler Glühweinrallye. Diese findet dieses Jahr auch mit einem Stützpunkt vor der Brennerei statt. Mein Name ist Sanders Schubert, ich bin Kfz-Meister mit eigener Werkstatt seit 2000 im Freital und habe seit 2011 meine Schaubrennerei. Hier kann man zuschauen, wie Alkohol hergestellt wird. Hier werden Obstbrände gebrannt und natürlich Whisky. Und neu kommt 2024 eine Geistanlage, wo wir dann geisten können. Sprich, wir werden ab 2024 Gin herstellen. Und diese Anlage soll mobil werden, sodass ich zu Events auch fahren kann und vor Ort geisten kann. So, und für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Wir werden hier auf dem sogenannten O-Fire Bratwürste machen von der Firma Meschke, die in Freital seit 127 Jahren arbeitet und Wurst herstellt. Und es wird Befstecks geben für das herzhafte Wohl. Am Freitag auch noch eine Gulaschsuppe, die ich selber hergestellt habe. Des Weiteren wird meine Frau mit meiner Tochter und meinem Sohn Kreppelchen machen nach dem alten Rezept von Oma. Und wir werden Krebs machen und die gibt es herzhaft oder süß. Des Weiteren zu trinken wird es die legendäre Glühbirne geben, die ich 2014 entwickelt habe. Natürlich gibt es auch andere Getränke und natürlich kann man meine Obstbrände und Diskys probieren und käuflich erwerben. Wer ein schönes Weihnachtsgeschenk haben möchte, ist dann hier an den Freitagen und an den Samstag die Möglichkeit, käuflich die Brände zu erwerben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche eine wunderschöne Adventszeit.